Mehrere Objekte gleichzeitig in InDesign aufziehen. Ich gehe auf das Rechteckwerkzeug und ziehe mir hier eine Fläche auf. Das kann jeder. Jetzt kann ich aber noch über diese Pfeile arbeiten, die Sie ganz unten rechts auf der Tastatur haben. Am einfachsten erkläre ich das kurz mit zwei Ebenen. Das heisst, wenn ich den Pfeil nach oben drücke oder klicke, gibt es mehrere Zeilen. Wenn ich den Pfeil nach rechts drücke, gibt es mehrere Spalten. Das Gegenteil. Wenn ich den Pfeil nach links klicke, gibt es weniger Spalten. Wenn ich den Pfeil nach unten klicke, gibt es weniger Zeilen. Okay, probieren wir das aus. Ich lösche das mal. Die einzige Regel, die es gibt, wenn Sie etwas aufziehen, dürfen Sie die Maustaste nicht loslassen. Jetzt klicke ich nach oben. Da gibt es mehr Zeilen. Ich klicke nach rechts. Da gibt es mehr Spalten. Ich klicke nach unten. Da gibt es weniger Zeilen. Ich klicke nach links. Dann gibt es wieder weniger Zeilen. So können Sie das machen. Wenn Sie jetzt am Schluss loslassen, haben Sie diese Boxen. Jetzt gibt es da noch eigentlich zwei Tricks. Ich mache das nochmals. Ich ziehe etwas auf. Die Maustaste lasse ich wieder erst am Schluss los. Zwei, drei Mal Pfeil nach oben. Zwei, drei Mal Pfeil nach links. Jetzt kann ich das ja aufziehen. Drücke ich jetzt die Alt-Taste, dann kann ich das ganze Objekt noch verschieben und erst dann aufziehen. Also Alt-Taste drücken, kann ich es verschieben. Drücke ich die Command-Taste auf dem Mac oder die Control-Taste auf dem PC gleichzeitig mit den Pfeilen, dann kann ich die Abstände vergrössern oder verkleinern. Wieder mit den gleichen vier Pfeilen. So können Sie das genau machen. Ich kann natürlich nochmals die Alt-Taste drücken. Und wenn Sie zufrieden sind, loslassen. Okay. Das Ganze können Sie natürlich auch mit Bildern machen. Das geht genau gleich. Ich nehme mal das ganz kurz. Ich habe hier ein paar Bilder. Ich öffne diese kurz. Jetzt sehe ich ja hier, dass ich neun Bilder geladen habe. Ich ziehe das wieder auf. Ebenfalls das gleiche Maustaste erst am Schluss loslassen. Ein paar Mal nach oben, ein paar Mal nach rechts. Mit der Alt-Taste kann ich die Bilder verschieben. Mit gedrückter Command-Taste könnte ich die Abstände noch ändern. Sie müssen keine Angst haben, wenn Sie zu viele Bildboxen aufgezogen haben. Löscht das InDesign selbstständig. Jetzt lasse ich los. Und ich habe diese Bilder und kann mit diesen arbeiten. Im nächsten Movie zeige ich Ihnen das Ganze noch mit den Sternen, wenn Sie dran sind, Ihre Weihnachtskarte in InDesign zu erstellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.